Mama, guck mal, da ist ein Wolkenregenbogen, guck mal, Mama, 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 da ist ein Wolkenregenbogen, guck mal, da ist ein Wolkenregenbogen, guck mal, in der Wolken ist ein Regenbogen drin, ja, ne, warum hast du keinen Bescheid gegeben, wo du das gesehen hast, da bin ich schnell vom Klo runtergekommen, wenn ich das gesehen hätte, dann, wenn ich das gesehen habe, 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 dann, wenn ich mich, kommt über die Leute, 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 c Стudiges Rundfunk und liquidieren die morals Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mal, jetzt muss ich es dir anschauen. Gute, das war ein Feuerregbogen in den Wolken. Ja. 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 Da hinten sind so grüne Wolken, das ist der Himmel. Da hinten, man wird mir gesagt, das ist grüne Wolken oder der Himmel. Ich hab den Film noch auf Stop gemacht, auf Pause gemacht, wieso lief der weiter? Ich hab nichts gemacht. Kannst du mal bitte auf Pause machen? Wenn ich das auf Gleichzeichen drauf gehen, der Knopf in der Mitte, danke. Die Kinder haben jetzt Ruhe, die 22, 24 fahren jetzt alle zusammen weg und werden von Spitzenhaut abgeholt. Das können die Kinder in Ruhe spielen, sorglos. Nein, der steht am Autofenster, der holt was ab. Scheiße. Nein, der steht an. Da die Kinder in Ruhe. Gott sei Dank. Ja. Er oder wie? Ja. Der hat ja Freund von den Mädchen. Das können die Kinder in Ruhe spielen. Küchenfenster, wie sieht es da aus? Was? Wie sieht das Küchenfenster aus? Ich denke, du hast geguckt, wo du in der Küche warst. Ich denke, du hast geguckt, wo du in der Küche warst. Ich denke, du hast geguckt, wo du in der Küche warst. Ich denke, du hast geguckt, wo du in der Küche warst. Vielen Dank.